So, okay, dann lass mal versuchen auszubrechen. Das Licht ist jetzt aus. Gehen wir mal auf die Toilette. Gehen wir die Sache mal an. Krieg ich mal hier raus. Jetzt wird's ernst, boah. Ich hoffe, ich verkacke nicht wieder. Ich hab ja jetzt zweimal unseren Ausbruchversuch vereitelt. Ja, meinst du, wir brechen jetzt aus, oder was? Naja, das sieht ganz danach aus, würde ich sagen. Krass, jetzt schon, okay. Achso, Leertaste. Ich kann erst klettern, sobald du fertig bist. Mein Script beendet habe, meinst du? Richtig. Okay, hier ist nix, ne? Wir können auch laufen. Ach, tatsächlich. Okay, was ist hier? Die Endstation. Das war's, verdammt. Was jetzt? Ich weiß das nicht, boah, hier steht doch nicht, was wir machen sollen. Warte mal, hier ist doch irgendwas. Ach, ne. Ach, ne, das warst du. Äh. Von da kamen wir. Wir laufen hier wie so Vögel rum, ey. Ja, lass mal hier hin so gucken. Hier kann man aber auch nix machen. Was wird hier so? Hier kann man nicht runter. Hier ist, oh, warte mal, hier war was. Ich hab hier was. Ah, okay. Komm over here and help me. Yeah. We should be able to stop the fan with this. Ah, den Medellator, okay. Den wahrscheinlich da, ne? Ah, den ohne Gitter, genau. Ich muss da tippen, ey. Scheiße. Der will mich umbringen, habt ihr das gesehen? Ich muss eh tippen die ganze Zeit. Geil, ich gecheckte. Nochmal hier. Kommando zurück. Der wurde ich erst mal vom Ventilator zerschnitten. Nein, nein. Geil, ey. Aber du warst nicht in zwei Teilen, ey. Mhm. Okay, jetzt muss ich eh tippen. Ich dachte, ich muss einfach nur linke Maus, dass du gedrückt halten, weißt du? Mhm. Aber, falsch gedacht. So, okay. Hey, ich kann dich immer noch nicht halten. Ja. Oh, oh, oh. Oh, du Scheiße. Das hat anstrengt. Oh. Boy, gehst du mal schneller. Ja. Das ist lustig. Ähm. Wie soll ich dir helfen? Ja, das ist es. Vielleicht. Ähm. Warte mal, ich gucke mich hier mal um, was man hier so machen kann. Guck mal. Ach, ich kann hier einfach das Ganze ausstöpseln anscheinend. Ah, okay. Aber da wird wahrscheinlich jetzt mega heiß. Der Boy, helpt mich. Ich seh mir so, yo. Ja, das war aber lustig. Dass man da trotzdem da rangehen konnte. Ja. Wann müssen wir hin? Hier hin, oder was? Kann man ja, gute Frage. Komm, wir legen mal trotzdem diese zwei Schalter da oben. Ach so. Ach, okay. Vielleicht müssen wir da hin einfach auch. Das Krypt ausgelöst. Mhm. Es ist ein langer Weg runter. Ja. Oh. Wir brauchen etwas, um zu runter. Ja, wir brauchen. Hold on. Over here. Check this out. What are you thinking? I'm thinking sheets. Alright. Let me hear it. Okay. We need to find a way into this room. Once we do that, we can get the sheets in here. Sounds easy, you know? Okay, Betlock, no? Problem is, they don't allow our mates in there. You think we can sneak in somehow? Yeah. But we're gonna need to get a hold of a laundry cart. Once we have the cart, one of us has to hide. Then what? The guard will inspect it and then bring it to the back room. What do you mean, they're gonna inspect it? Don't worry about it, they don't look too hard. As long as we're covered in some sheets, we should be fine. Okay. Ja, dann geschieht dieser ganze Ausbruch doch nicht in einer Nacht. Na, hab ich mir auch gedacht. Ein bisschen komisch so, ohne irgendwelche Vorbereitungen einfach irgendwo ausbrechen. Ja, ist wirklich so. Die hatten ja einfach nur diesen Meißel gehabt und let's go, ne? Genau. Das war ein bisschen komisch, da kam mir das vor. Guck mal hier, die fleißigen Knasthäftlinge, die sind ja hart am Arbeiten, ey. Mhm. Zugang zum Hinterzimmer verschaffen. Scheint das hier zu sein wahrscheinlich, ne? Ich rede mal mit dem hier. Ich möchte gar nicht ausbrechen, ich arbeite hier. Okay, das nächste Gespräch, ich darf wahrscheinlich auch nicht hierhin, oder? Nein, okay. Wow, 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 wow. Okay, ich bin ja schon weg. Was können wir dann machen? Kann ich denn vielleicht von hier hinten irgendwie boxen oder so? Probier mal. Ich gehe mal hier gucken. Ich rede mal mit dem hier. Vielleicht muss ich einfach irgendwas. Hey, was hast du da? Verdammte Wachstummaschinen keep my time breaking down on the time. Was ist los mit ihnen? Ich weiß nicht, sie werden einfach nur abbrechen. Schlafen von Scheiße. Okay. Hier ist irgendwas. Okay, das war nix. Na gut, dann hol ich mir meinen eigenen Wäschewagen. Okay, ich habe mir irgendwie Wäsche genommen. Achso, ja, hol dir mal Wäschewagen, genau. Packen wir den voll irgendwie. Aber wo krieg... Ach, hier. Hast du da was? Ich glaube schon. Äh, sicher. Name ein Nummer, bitte. Vincent Moretti, 3465. Vincent, Vincent. Nein, es gibt keinen Vincent hier, sorry. Dann lass mich, Bräu. Oder du. Vielleicht kann ich dann bestechen. Bestechen mal. Du siehst, du bist ein schmutziger Typ. Well, ich glaube, ich bin wahrscheinlich. You know, I got a good pack right here. I think it's got your name on it. Ah, thank you. Why don't you go and treat yourself? I might just do that. Here you go. Ja, siehst du, alle brauchen so einen kleinen, ja, Anstupser. Ja. Eine kleine Motivation. Ja. Oh boy, sieht fresh aus, wie du damit rumfährst. Lass mich mal reinschmeißen hier ein bisschen was. Ja, komm her. Mal rein damit. Komm mal hier hin. Hier ist Wäsche. Lass nochmal voll machen das Ding. Ich verstecke mich da drunter. So, hab ich's nicht. Hier ist ein bisschen noch was. Okay. Soll ich da rein? Achso, das wird man alles sehen. Lass mal da hin. Ja, warte, dann gehen wir nochmal da in diesen Raum hier. Ja, hier ist gut. Was ist denn das Ding? Ja, ohne Witz. Eh, verstecken. Achso, ah, ich kann mich so verstecken. Guck mal. Hey, der sieht cool aus. Kann er da sogar durch den Schlitz rausgucken. Nö. Boy, du machst das gut. Gar nicht unauffällig. Okay, versteck mich. Oh oh, jetzt kommt's vollfahren. Okay, wir sehen, was wir hier haben. Wenn du auffliegst, dann kenn ich dich nicht. Ja. Wie ist er da reingekommen? Ey, was machen die hier? Oh oh, unser Plan läuft ein bisschen schief. Zeit, um diese Garde zu entfernen. Ach, ich kann doch nicht verlassen. Ich werde weggefahren, boll. Aber kannst du sehen, dass es eine Kampf passiert ist, da oben da oben? Wo? Die Leute da oben da oben. Was? Die sind nicht lachen. Stopp fliegen und geh zurück nach Hause. Boll, die Maschine war kaputt. Was wolltest du? Achso, dann mach Schlägerei anfangen. Ich glaube, ich muss wirklich eine Schlägerei hier anfangen. Ah, da, guck mal. Hey, wieso steigt mein Haar aus? Und lass mich dir sagen, es war nicht schön. Hey, ey, verdammt. Habt ihr Scheiße über meine Mutter? Ich hab keine Scheiße über meine Mutter gesagt. Was hast du mit meiner Mutter gesagt? Komm, 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 komm. Ich glaube, das war nicht nett. Okay. Jetzt prügelt er sich aber wirklich. Was in der Hölle? Break it up, Leute. Stopp. Okay. Warte, warte, warte. Jetzt kannst du. Ja, ja, jetzt. Mach mir die Tür auf, Leute. Achso, stimmt ja. Ich komme. Go, go, go. Was müssen wir machen überhaupt? Laken nehmen. Welche Laken? Ach, hier wahrscheinlich, ne? Nee, nee. Ach, Quatsch, das mache ich nicht. Wir müssen Laken nehmen und die wahrscheinlich... ...irgendwo da zu dem Gitter hoch, wo wir auch gestern waren. Okay, wo war das? Ah, das war hinten. Hinten in dem nächsten Zimmer da. Ah, hier, da oben, glaube ich, ne? Da ist der Vang. Ja. Jetzt müssen wir die Schäden in die Schäden setzen. Was können wir denn hier... Was kannst du da drücken? Achso, ich kann die Räuberleiter machen. Ah, okay. Ja, äh... Achso, ich muss das ablegen, glaube ich, erst mal. Ah, raffiniert. Aha. Und jetzt gebe ich hier den Blödsinn an. Ja, perfekt. Nächsten bitte. Nice. Reicht das? Oh, wir brauchen wohl noch mehr. Ja, brauchen wir noch ein paar. Ich hänge so lange ein bisschen rum. Ja, ja. Drei Stück jetzt. Achso, das reicht's halt. Nice. Wir hatten auch nur drei reingeschmissen in diesen Kastenwagen. Mhm. Gut. Ich hab' noch voll Bock, so, so, ähm, zu zweit das zu machen. Ach, guck mal, wir sind direkt jetzt wieder an dieser Stelle, wo wir aufgehört haben. Genau. Krass. Ja, das ist, das ist, das ist wie so'n interaktiver Film, ne? Ah, okay. Als würd' man so'n Film gucken und gleichzeitig auch spielen. Mega. Mega. Ja. Let's hope so. Let's hope so. Stehen wieder so. Ich geh zuerst. Okay, ich bin unten. Du kannst. Okay, wir haben hier ein paar gelbe Punkte, die wir machen können. Hier wahrscheinlich eins. Hm. Oder sollen wir erstmal da hinten gucken, was da hinten ist? Ich schau' mich mal hier ein wenig um. Ja, genau, lass uns mal gucken. Ich hab hier grad ne Wache bei dir gesehen, wo war die denn? Wir gehen hier vor dem Gitter lang. Achso. Ach, das ist hier wahrscheinlich wie so'n Abstellraum oder so, oder Vorratsraum, wie auch immer. Hm. Ähm, ich glaub', wir müssen hier an, an dieser Luke hier beide was machen. Ja. Jeder an eine Seite. Sieht gut aus, glaub' ich, ja. Hier diesen überdimensionierten Gulli-Deckel. Ja, ist so. Oh, damn. Oh, kacke. Brauch'n Licht. Ich kann echt nicht so viel sehen. Taschellampe finden. Ah, hier. Nice. Schmeiß mal runter hier. Oder musst du die benutzen? Doch, du wahrscheinlich, ne? Ui. Ach, du scheiße. Ach, da bist du. Krass. Ah, hier, genau. Okay, ich hab' irgendwas gemacht. Ah. Ja, das Wasser fließt hier ab. Guck mal, ich hab' hier nen Durchgang gelöst. Ja, wahrscheinlich, was ist Shit ist. Ja, genau. Ich glaub' auch. Ach, du scheiße. Okay, man. Dann, guck' mal hier. Ach, da bist du. Mach' mir mal Licht hier. Ah, ich glaub', du musst mir so Licht machen, so, ne? Oder? Ja, warte, ich komm' mal da zu dir rum. Ach, hier, ja. Hey, was machen sie da? Boah. Okay, irgendwas hab' ich ausgeschaltet. Ach, hier, okay, ja. Macht Sinn. Ah, ich kann auch laufen. Bin ich bei dir jetzt da gleich? Taschenlampe nehmen. Ah, guck mal hier. Nee, noch nicht ganz. Uns trennt noch ein Gitter. Ich geb' dir die, ne? Jo. Nice, boy. Okay. Ciao. Ja, war schön zusammen. Mach's gut. Ich wünsche dir alles Gute. Was hab' ich hier? Ich muss dir wahrscheinlich irgendwie auch machen, gleich für dich, ne? Aua. Ah, irgendwas hab' ich da angemacht. Ich weiß nicht was. Ach, hier geht's weiter. Ach, da. Hier bin ich. Ich steh' da einfach nur rum. Hier, du kannst das auch so gut mit den Schlössern. Ja, und ich weiß, wie das geht, ja. Aber du brauchst dafür einen Besen, das klappt besser. Hereinspaziert. Komm rein in meine gute Stube hier. Mhm. Mhm. Es ist lockt. Vincent, hilf mir. Ach, nicht, ich würd' zu zweit jetzt machen, so. Drei, zwei, eins, oder was? Ach, nicht. Ah, gleichzeitig, okay. Okay, ist hier irgendwas? Nee, hier müssen wir auch gar nicht so auf so Loot-Zeugs suchen, oder so, ne? Wir müssen einfach so durchgamen, ne? So quasi. Genau. Ja, wie ich gesagt habe, wir hoffen, dass es nicht sind. Du bist nicht schade von Rats, oder? Ich? Ich hab' die Taschlampe, wenn ich die Richtungstasten mehr benutze. Ich glaub' hier, weißt du, wo ich bin? Also, der zeigt hier die Falltasten. Mhm. Zeigt er halt hierhin an. Wir können eigentlich auch laufen. Shit. Oh, was ist jetzt? Oh, über uns sind ein paar Wachen. Mhm, 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 mhm. Müssen wir uns verstecken, ne? Ich weiß nicht. Komm, wir gehen einfach weiter. Ja, zumindest das Licht ist ja aus. Was haben wir denn hier? Ja, genau. Zieh mal mit, boy. Ja. Ich zeig dir, wie das geht. Hast du dein Energy Axe schon leer? Zur Hälfte. Oh, Mann, hab ich leer. Ich genieße den. Ja, ist echt so. Müsste ich eigentlich auch. Ach, krass. Mein Rücken, mein Rücken hoch. Ja, das ist krass. Das geht voll auf die Beine. Ach, du Scheiße. Müssen wir jetzt, um... Guck mal. Okay. Ähm, ja, immer... Oh, warte. Ja, jetzt bist du wieder. Ja. Müssen wir gleich... Warte, jetzt. Oh, das war nicht gut. Du bist... Ich versuch mal mit dir gleichzeitig. Jetzt. Fuck, ich hab Fehler gemacht. Lass sie mal, äh, abwechselnd machen. Ich, du, ich, du. Genau, warte. Ich glaub, wenn wir gut sind, dann können wir das auch gleichzeitig schaffen. Sollen wir beim nächsten probieren? Okay, warte, ähm, wenn das gleich oben ist, äh, ja, und ab jetzt. Ups, warte, warte. Oh, fuck. Oh, stimmt, stimmt. Oh, damn. Shit. Ach, du Scheiße. Okay, jetzt gleichzeitig wieder. Fuck, das war mein Fehler. Ich war zu schlecht. Und jetzt. Warte, ich hab schlecht, schlecht, schlecht. Oh. Warte, 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 warte. Ja, das ist schwierig, ja. Und go. Komm hoch. Und go. Jetzt. Go. Jetzt. Go. Go. Oh, Mann, ich hab schlecht gemacht. Und go. 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 Und go. Ja, Moment. Oh, ich warte, ich warte, ich warte. Und. Oh, fuck, ich hab Fehler gemacht. Warte. Und go. Ob man hier runterfliegen kann? Bestimmt. Und go. Puh. Ja, genau. So ein Ding hängt auch noch da dann. Ja, zum Glück. Das ist doch mega anstrengend. Die Kollegen sind noch ordentlich am Sweaten, wie man sieht. Ja. Ja. Du bist wirklich ernsthaft? Ja. Ja. Das wäre schön. Und Kommando zurück. Runter geht es auch immer schneller. Genug für heute, wa? Morgen machen wir weiter, wenn wir einen Schraubenzieher haben. Ja, ja. Gehen wir erstmal ein Nickerchen machen. Gut, dass wir nicht noch wieder runterklettern müssen. Ja, stell dir vor, ey. Ich glaube, wir müssen auch gar nicht mehr nochmal hoch, oder? Gucken wir mal. Bin mal gespannt, dann. Schauen wir mal. Okay, der Typ scheint ein Ding zu haben. Schrauben und Schlüssel. Wir sind zufällig immer am gleichen Ort, ey. Naja, wahrscheinlich haben die irgendeinen geschmiert. Wir haben das nur nicht gesehen. Ja, 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 genau. So, was können wir wieder hier schön mit Leuten interagieren? Genau, lassen wir mal gucken, was wir hier so machen können. Das ist eine gute Gerichte. Ja, das ist ein Schlauchen. Die Gerichte kommen immer noch mal weg. Was sagst du, die Gerichte kommen hier an? Nein, jemanden helfen sie. Zum Glück, du hast. Es ist das einfach, oder? Natürlich habe ich gesagt, es war einfach. ich arbeite ein bisschen ja nicht schlecht bist du stolz auf mich jetzt an die beide arbeiten ich fange auch mal ein bisschen an einer drehbank ich sehe hier irgendwas das reicht mit Sägen untersuchen ach hier guck mal hier kann ich irgendwas untersuchen Schraubenschlüssel in deine Zelle schmuggeln okay so reicht für heute was hast du hier gesehen boah guck mal es geht sogar tatsächlich rein die Schraube krass das ist auch cool wir machen hier überall so ein bisschen ohne irgendwas wirklich fertig zu machen überall so ein bisschen gehämmert ein bisschen gesägt die Leute denken so hau auf mach mal nix nicht kaputt hier hier irgendwas geil also jetzt habe ich da auch wieder ein bisschen gemacht weiter zum nächsten nice dann guck mal